Liebe LEGO-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video. Um mir die Langeweile zu Hause zu vertreiben, habe ich mir vor mittlerweile schon, glaube ich, 10 Tagen ein Paket im LEGO Online Shop bestellt. Das kam heute endlich an. Machen wir es da einfach mal auf und schauen rein, was ich gekauft habe. Da sehen wir schon das erste, nämlich das kostenlose Goodie, was es ja vor einigen Tagen noch gab. Nämlich 40 Jahre LEGO-Eisenbahn. Weiß ich noch nicht genau, was ich mit dem Set machen werde, aber darum soll es auch gar nicht gehen, sondern um das, was wir hier drinnen sehen, nämlich das Downtown Diner aus der Creator-Expert-Reihe. Das Modulhaus bzw. Modularhaus, was mir am besten gefällt. Und gleichzeitig auch mein erstes ist, da freue ich mich richtig drauf, das jetzt aufzubauen. Und hiervon werde ich garantiert auch ein Review machen. Von daher könnt ihr euch schon darauf freuen. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Einschalten. Das ist ganz schön schwer, das Ding. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.